Moin Moin und willkommen zurück bei Clash of Clans, bei den Wöckchen. Und ja, ich wollte einfach mal mich hier gemeldet haben, diesbezüglich, warum denn zur Zeit eigentlich keine Clash of Clans Videos kommen. Clash Royale im Endeffekt auch nicht. Erstmal muss ich hier kurz mal alles reaktivieren. Wird immer wieder angegriffen, wie immer. Ihr seht ja, wenn ich jetzt hier gerade leere, ich bin gerade selber auch nicht so aktiv. Also privat bin ich auch relativ selten dran. Ich hoffe, der Sound ist einigermaßen okay. Ich habe vergessen, wie das eingestellt war. Das hat halt verschiedene Gründe. Eigentlich Clash of Clans, ne? Mag ich ja, liebe ich ja, spiele ich gerne. Aber zur Zeit, wo ist denn jetzt das Aufsammeln? Ich wurde doch angegriffen. Wo ist denn das Sammelding? Hä? Moment, ich muss noch... Hä? Irgendwo ist doch die Beutekarre. Bin ich jetzt total behindert? Hä? Habe ich die eben schon eingesammelt? Hilfe! Na gut. Ähm... Ja, warum ich nicht mehr so aktiv bin? Oh Gott. Ähm... Naja, die Aktivität im Clan ist einfach schlicht und ergreifend scheiße. Ähm... Ich weiß nicht. Es gibt viele Leute, die man herausstechen lassen muss, die aktiv sind. Aber jetzt seht ihr die ganz Roten, ne? Das sind die, die zur Zeit keinen Bock auf Krieg haben. Und das sind echt viele. Ähm... Wobei sogar der Belong ist wieder da gewesen am Wochenende. Irgendwie ist es seitdem der liebe Eddy weg ist, ist das nicht mehr so aktiv. Mir fehlt Eddy. Im Chat und überall. Shaden ist neu dazugekommen. Eigentlich relativ neu, glaube ich. Oder hat den Namen geändert? Killer Hellboy, kenne ich gar nicht. Ja, ihr seht, wir sind zwar 37 Leute, aber ist sowas von leer? Ja. Darkschein... Ich hab euch ja... Okay. Äh... Besser... Oh! Äh... Die Mauern... Äh... Warum sind dann dein X-Bogen leer? Naja, vielleicht ist er aktiv. Wenn er nicht aktiv ist, fliegt er. Ich hau ihn mal rein. Äh... Pfff... Ja, es ist einfach echt wenig los. Und das finde ich immer noch ein bisschen zum Kotzen. Der Kalypso, der kümmert sich auch... Also ist immer noch viel dabei. Die Yasin. Der Yasin. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Sorry, aber der Name... Sag ich mir das nicht. Ist sehr aktiv. Kann man nicht meckern. Killer... Weiß ich jetzt gerade nicht. Ach, okay. Neu dazugekommen. Leute, die nicht mal Hallo sagen können, müssen sie reinkommen, ne? Ähm... Kiwi-König. Ja, die allein vom Namen her abgelehnt. Ähm... Ja. Es ist einfach wenig Aktivität da. Und das ist der Grund, warum ich einfach zur Zeit wirklich kaum aufnehme. Selber auch kaum spiele. Die Kriege sind zur Zeit... Ja, so lala... Ja... Ist es durchwachsen. Sagen wir es mal so. Auch wenn wir hier eine lange... Okay, da eine Scheißstrecke hatten. Dann hatten wir hier eine geile Strecke. Ja... Wie gesagt, ich bin einfach sehr unschlüssig. Ihr merkt das, glaube ich, auch in dem, wie ich rede. Ne? Also... Entweder... Als Clan kriegen wir das jetzt noch zusammen hin, dass wir... Der Clan wird bei... Ich belasse den Clan, bin immer noch da, keine Frage. Es geht jetzt halt auch viel ums Aufnehmen. Und entweder belasse ich den Clan jetzt so wie er ist. Oder wir machen bald einen Rundumschlag und schmeißen richtig viele raus. Und suchen neu aktiv. Ich weiß nicht. Das sind jetzt so die Varianten, die mir vorschweben. Und wie gesagt, das ist der Grund, warum halt kaum Videos kommen. Es ist einerseits immer die Zeit, andererseits die Motivation ist zur Zeit einfach nicht da. Weil es... Ja... Wenn die Leute nicht selber nicht mitmachen, dann hast du selber halt kaum groß Lust dazu. Wie gesagt, ich hoffe, wir könnten das vielleicht ändern. Wäre schön. Vielleicht schauen das jetzt auch einige aus dem Clan. Vielleicht schauen ja ein paar neue dazu, die rein wollen. Wie gesagt, nicht gerusht sein. Gute Base haben. Das ist mir immer sehr wichtig. Beziehungsweise gute Base. Man kann auch klein sein. Man kann klein hier reinkommen. Also egal wie groß man ist. Hauptsache man ist auf dem Level, wie es dem Rathaus passend ist. Da achten wir extrem drauf. Der Kalypse zum Beispiel. Der hat jetzt das Rathaus 11 gestartet. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Weil mit den Mauern... Also auf dem Level mit den Mauern ist schon echt ein bisschen scheiße. Und er hat alles aufgewertet auf Max. Jetzt ist bei ihm das Rathaus dran. Ist vollkommen okay. Ich wollte mich wie gesagt kurz gemeldet haben. Für die Leute, die im Clan sind oder rein wollen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Und dann würde ich sagen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.